Wir haben eine ziemlich gute Palisade hier aufgestellt. Habe ich irgendwas vergessen? Ah, hier, okay. Wollen wir noch schneiden rum? Zivil wohl höchstwahrscheinlich, dass wir die einkesseln. Die Wikinger werden überrascht sein, wenn sie das nächste Mal kommen. Mein Bate meiner Großmutter! Ihre Stadt vermirkt sich hinter einer Mauer! Das Lagerhaus ist voll. So, dann ziehen wir das zweite Signal voran. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Und schon wieder Winter, ey, das geht ja so schnell. So, wir kommen an und zünden das zweite Signalfeuer. Und wir können endlich handeln. Das Lagerhaus ist voll. Ganz wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Banditen haben einen Kahn erbeutet. Und... Die Leute verlangen auch Kleidung. Wir benötigen Militär, um unsere Warentransporte zu schützen. Wir sollten einen Schwertschmied und eine Kaserne bauen, um Schwertkämpfe auszubilden. Ach nee, jetzt kann ich für Sachen bauen, ja? Ein Fischer findet keine Fische mehr. Ja. So, dann bauen wir erst mal hier eine Kaserne. Und ein paar Schwertschmieden, ja genau. Das Lagerhaus ist voll. Sofort. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Es ist uns gelungen, einen Schwertschmied und eine Kaserne zu errichten. Auf euren Befehl. So. Anscheinend... ...wird immer aufgehalten und gekühlt. Das ist jetzt natürlich nicht so toll. Das Lagerhaus ist voll. Da gibt es keine leider Alternative. Oh man. Banditen haben einen Kahn erbeutet. Das ist doof. Ein Fischer findet keine Fische mehr. So, da finden wir wieder keine Fische. Schon unterwegs. Und... ...ja, jetzt bauen wir erst mal hier unsere Schmiede. Dann sind wir für unsere... ...ist unsere Schwertschmiede erst mal versorgt. Und... ...können endlich... ...Banarkämpfe ausbilden. So. Das ist mein Fischer findet keine Fische mehr. So. Zur sich in der Abkürzung. Na? So nicht. Verdammt. Ja, dann nehmen wir halt den Umweg. Ja. Das Lagerhaus ist voll. So, dann von hier da hoch. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Ja, jetzt ist das ein Umweg hier. Aber naja, was soll's. So, dann hier zwei Arminenarbeiterhütten. Erweitern. Und unser... Denkst ist immer noch voll. Hey, wir können nicht weiter bauen. Wir haben zu viel Ziedler. Also müssen ein paar Metzger drin kommen. Das Lagerhaus ist voll. So. Das haben wir hier schon. Das haben wir da schon. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Keine Fische mehr findet er, soll ich bloß also abreißen. Das Lagerhaus ist voll. Das Lagerhaus ist wieder immer voll. Jetzt, finde ich, wäre es mal ein paar Besen. So. Wurst brauchen wir auch nicht. Verbrannt. Wir haben immer noch kein Eisen. Aber eigentlich könnte ich schon längst Eisen holen. So. Unsere Nahrung wird auch immer mehr und mehr bauen wir aber nicht. Wir lassen sich hier aber Zeit. Das Lagerhaus ist wieder mal voll. Das Lagerhaus ist wieder mal voll. Verkaufen wir halt hier. Ein Karren wurde ausgesandt. Der ganzen Fisch. Banditen haben einen Karren erbeutet. Ach ja. Jetzt unser erster Kämpfer-Einheit. Das Problem ist sicherlich so schlecht. Ich bin jetzt schon ein paar Besen. Ich bin jetzt mit uns in den Spiegel. Und jetzt mit uns in den Spiegel. Ich bin jetzt in den Spiegel. Wartet mal kurz. Ich mache hier mal kurz Optionen und den Saum ein bisschen leiser. Weil ganz ehrlich, die Kammern hört mich selbst nicht richtig. Okay. Jetzt höre ich dich. Ne. Ich... Es ist ein bisschen unhöflich jetzt für das Video zu sehen. Aber ich wollte das auch nicht sagen. Okay. Aber was? Alles klar. Wie lange du jetzt schon aufnimmst? Ich weiß es nicht. Okay. Das wäre eigentlich gut zu wissen, aber... Alles klar. Ich will es auch nie auf der Kunde gucken. Alles klar. So. Das kann man hier eigentlich genau hier was ausbilden. Okay. Jetzt können wir eigentlich prinzipiell das Banditenlager angreifen. Tun wir aber nicht. Die kommen wir jetzt eigentlich an unsere Wolle. Verstehe ich nicht. Aber nein. Muss ich auch nicht. Ein Karren wurde ausgesandt. So. Jetzt begleiten wir unseren Karren mit... 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 Damit... Wir geschützt sind. Vor... Dem Banditen. So. Ich hoffe sie kommen hinterher. Das Bataillon Schwertkämpfer wird unseren Karren schützen. Bei dieser Eskorte werden die Banditen es sich zweimal überlegen, ob sie den Karren angreifen. Auf euren Befehl. Ganz wie ihr wünscht. Kämpft weiter. Alles klar. Hmm ist ja das. Yep. Oh, nehm...